Mein Name ist Padadridja. Mein Name ist Padadridja. Ich habe mich ein bisschen an, weil ich ein bisschen von meinem Leben erzähle. Als ich eine Möglichkeit habe, kann ich nicht mehr sagen, dass ich mich nicht mehr anwesend bin. Ich habe mich ein bisschen anwesendet, aber ich möchte mich nicht mehr anwesendet. Wenn du fragst, was du? Ich bin ein großer Sinn, ich bin ein wenig Drogen und Alkohol, habe ich so lange gelebt. Aber es läuft nicht so, ich habe nur noch einen Übergang. Wenn das erste Übergang wird, dort wird immer das Tollste. So in dem Weg, das habe ich gewöhnlich nicht. Da habe ich immer gesagt, mit mir wird es noch lange nicht so, als mit dem anderen. Und dann auf einmal, ein Tag, wird mein Bruder hier angekommen, von der Stadt. Und er kommt hier zum Grabnis, und wenn es hier wird, dann neben dem, dann werden wir uns anwesendet. Und dort werden wir, ich kann es nicht ganz klar, im Denkehälen vielleicht zwei Mal, vor dem, wo es auch so stört wird. Und dort werden wir drei Mal, wo wir uns anwesendet werden. Und dann neben dem, dann können wir die Gedanken, du willst nichts fahren, als du den verhoffst, noch einmal zu machen, muss ich sein leben, dich. Und dann direkt mit mir, ging mir zu Hause, und dann direkt von dir wieder, ich weiß nicht, wo oder wo, aber von dir wieder, dass ich, jeder Tag, morgens und so was, ernstlich, zu unseren Herrn Jesus beten, heute soll ich mir die Kraft schenken, wenn er dort ist, wo die Übergangswerk kommt, dass ich dort wird den Tag gelassen. Dass ich die Drogas, den Alkohol, wird den ganz Tag gelassen. Und ich bin von dir auch sehr dankbar für, dass jeder Tag, das dann, und immer, wo man sich sinnvoll und sinnig wird, dass ich dort keinen Tag gelassen, nur dort, dann dankt, dass ich mich dafür, dass ich mir die Kraft schenken, dass ich dann auch keinen Tag gelassen. Wo soll ich mit Dollar auf einen Übergangswerk kommen? Werden du irgendwelche Freunde, die du verlobten, oder werdet einfach, dass du dir selbst dabei gebungen wirst, und das seltsame wirst? Dort wird Dollar, für dass ich das seltsame wirst. Ich würde Dollar sein, ich würde sein, die Vierfieder geworfen. Ja, dort wird sein Dollar geworfen, für dass ich die Unlehrer geworfen, und dort wird mich von dir so leidt, für dass ich andere Menschen auch in dort leben gelebt, für was du nicht in dort wirst. Ja, und du bist ein Führer, von wo viele Töner? Ja, ich bin ein Führer im Heim, und wir haben das Töner, und ich bin Gott so dankbar, dass wir von der ersten Tag uns jeder von dir viel schöner zu tun haben. Und du führst nicht von der ersten Tag regelmäßig in der Kirche, verständlich, aber ihr, als ihr nachher in dort leben wirst. Wie führst du dann auf die Kirche? Ja, wir führten da in der Kirche, über dort wird man sehr wichtig, mal einmal. In dieser Führung, wie wir das an, die hörten nicht weit, wegen ich hörte um den Sinn und immer ein paar Lüte in der Nacht, wie ich getrunken habe. Und manchmal führte ich dann nach einer Kirche, wo ich das bloß für Menschen, nicht für mich. Falls du erfährst, wenn du so in die Kirche ging, dass du, falls du hat die Drache getan, oder was ging dir am Montag? Ich ging immer so auf die Kirche. Ich ging da, grüßlich so auf die Kirche. Ich habe vieles Mal mit der Kirche genommen, und manchmal wirst nicht. Und ich hörte auch auf einer Seite, wie ich um den Sinn nach, so grüßig sei, was ich mit Drogen und Alkohol habe. Und ich konnte immer den ganzen Tag nicht essen. Ich konnte nichts essen, dann werde ich mir ein paar Dinge sagen, wo ich anfangen kann, was ich frisch und besser zu essen. Dann habe ich das klar, aber ich wollte kein Mal mehr, aber das geht bloß bei dem Übergang, und dann wird er durch. Was denkst du? Woher wurde es gestört? Da gibt es vier Mal. Es ist so, dass immer das Fähne war kein Mal mehr, und dann bloß war er bei dem Übergang. Woher wurde es gestört? Ja, es ist echt, dass von der Teil, dass wir ein Fleisch und Blut sind. Und das Fleisch und Blut kann nicht. Das kann nicht gegen Satan gehen. Satan ist stärker, als das Fleisch und Blut ist. Wo wir sie dankbar für sind, dass Jesus so viel stärker als Satan ist. Ja, Jesus sagt, ohne mich kann ich nichts nicht tun. Nicht so? Und ich glaube, das kriegt die Ursache, dass wir alles sehen, wie sein Fleisch und Blut. Aber wenn wir den Herrn Jesus Christus abnehmen, dann auf einmal, dann kann man jeden in den Sinn stehen. So, was bewirkt das dann? Welche haben wir das dann zum Glauben? Ja, das sind alle, von wo ich das Tag lüge, dort sind, von dem Feuer, wo ich immer saß, ja, drei. Dort ist auch lange über dem. Dann versagt ich, dann will ich selbst sein Gros zu sein, und dort will über Ordnungsreich schaffen. Dort hat lange geschafft, aber zwei Jahre, Dann war ich im Schwierigkeiten frisch. Dann war ich frisch, da war ich immer, in den ganzen Zeit, ich bin einmal wieder zurückgekommen, nur dann, da war ich immer wieder auf, wieder auf, wieder auf, wieder auf, wieder auf. Und manchmal wurde gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, zwei Jahre, drei, das wird Übergangstühle, dann, da war ich meine Arbeit, meine Leute, dort wird so mal gleich, und so erschlägt die Leute nicht. Dann habe ich dort bloß, ich höre ich dort, und Leute, mir dort einmal einen Klinkpast geschehen, und von dort Leute an, wo ich ganz im Trübeln geruht, dort, aber noch nicht, und dort, ich wird dort durch, ich wurde Hand gelegt, vor allem, die Droger zu holen, und den Alkohol zu holen, aber ich wird wieder auf, ich konnte nicht ausdichtern. und dort wird, wo ich gerade, frisch einmal, wieder aufkommt, und dann, wo ich da kann sein, ich würde mal eine Entschärung machen. Ja, wir sind, wo wichtig ist, was wir anderen nennen, so, was wir hören, ganz, ganz wichtig, was wir uns erlauben, unterchecken, oder was wir lesen, und so wieder. So, du sagst, dass du einmal, wenn du nicht, was drei in deinem Leben nennen geruht, dann, musst du was tun. Was hast du getan? Ja, ich würde, erstens, würde ich in jeder einen Tauroden, verwandt, die Spielhörigen, da würde ich in Tauroden, merkwürdig sicher, dass dort Leute, für das Gäste, was du ihnen gefallen haben, wenn ich dort einmal angefangen habe, bloß durch einen Leute, dort einmal in den Tauroden gehen, wo ich in sehr schwierige Schwierigkeiten haben wollte. Und dort wird dann eine Sache, wir fuhren alle, immer, für wen Monate, nur leichten Leben, immer, um Sinn nachs Ous, der Ovenklaußen anhörigen. Und dann, wir dort sehr gut, wenn ich dort drüben so, die, ich glaube dort, vielleicht sogar nach dem 1. August, 2 oder 3. Und, und dann, das wird auch immer unsinnig, ich weiß nicht, erst der letzten Juli, wo es dann, August, der 1. August, dann, sehe ich meine Früchte, die Kinder, sie sollen sich rüden merken, sie sollen sich rüden merken, wie wollen du auch fragen. Und dann, ich sehe, die Worte, die Worte, die Worte, und rüden merken. Zum Licht zum Leben vor, meinst? Ja, und dann, dann, dann sehe ich, wenn wir nicht wollen, ein frisches Leben vor. Ich sehe, 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 die Eltern nicht erwarten, denn die Anzeiäe aufruden von dort. Und dann sehe ich, ich sehe, dass alle Mülle, das hält alle nichts an. Ich sehe, alles für was wir tun, das ist alles nur ein, ich sehe, weil wir alle Mülle waren, ich sehe, in mein Herz, dass es endlich nichts, nicht was geredet werden, alles was da ist, wir waren frisch, ich war frisch, um die Fremde zu gehen, um zu zu suchen, wo das dann, wenigstens für die Eltern, und alles für die Mülle nicht waren, das wir ein, tun. Okay, das war die Vorherlandeit. Ja, dort war ich meine Vorherlandeit. Und dann sehe ich, wo ich sage, wann du was, von dir war wir in der Lechten Leben vor, und wegen, dass du das sehendest, nicht wegen, dass ich das will. Und ich sage von dir, Gott sei Dank, was sei deine Entscheidung beherrscht, dass wir sind heute. So, du hast was deine Vorherlandeit. Sie wollen, und du wünschst so viel Geld, da war wir vor. Nicht wegen ich, weil, ob er weiß du was. Ja, er wird sie geben mich, für das, dass wir nicht wollen, etwas verantworten, aber ich habe ihn überwenden, 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 und ich weiß nicht, was von dir mit mir passiert, für wenn sie den Tag nicht sehen, und bei den Tag, wie du gehst, und du hast mich, und du hast mich auf, du fragst ein Freund, fragst mich, und ich habe ihn überwenden, und er hat mich, du bist überwenden, ich bin mir willkommen heute, und ich habe ihn überwenden, und ich habe ihn überwenden, und er sagt, ich bin ich nicht mit ihm, das war ein Mann. Und er hat mich und ich verletzte ihm, für die drei, wo ich bin. Und ich bin von dir, auch der Freund, ich bin Dankbar dafür, dass er mit Daniel Panen reden, mit den Soldaten, und ich sehe, dass der Trübel noch nicht so weit ist. Aber ich weiß nicht, dass der Trübel so weit ist. Aber du wirst, dass er nicht so weit ist, dass er sich nicht so weit ist. Er weiß, dass er nicht so weit ist, dass er nicht so weit ist. Also, du wirst in diesem Moment noch nicht so weit ist. Du hast also wie ein Feierjahr nicht getrunken, aber nicht so weit ist. Ja, dort waren wir. Ich würde gleich in den Gedanken sagen, dass ein Freund, der an einem Reden hat, sich nicht so weit ist, dass er nicht so weit ist, dass er auch erzählt hat. Ich glaube nicht, dass der Helga Jes auf den Schienen hat, den Mond und den Hotline hat. Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass er nicht so weit ist, dass er einfach nicht so weit ist, dass er jemand anzunehmen kann. Ich würde sagen, wenn der Freund nicht so weit ist, was passiert ist mit diesem Bruder. Aber er wird dann so weit ist, dass er zum Glauben kommt. So, wirst du dich in die Uhr? Nein, das wird nicht. Das wird in zwei oder drei Dienste Nacht feiern, dass das Zentrum gesetzt wird. Und da hat ein anderer Freund von dir erzählt. Und in der Früh auch mit mir dann, du will ich ein Leben geruts. Und ich würde mit dem Arm töten, dass du ein Bein abgeholt hast. Und dann ging ich mit dem Arm töten ab. Und da hat mir die Gewässer Dinge alles besser geklärt. Und heute hat er das erste Mal für mich gebeten. Für mich ist es sehr dankbar, dass er da ist. Und ich sage auch sehr dankbar, dass er da ist. Aber von dir wird erst ein kleines Päschen, was du nach Goudet wird, dass die Ratsupport wird. In diesem Sinne dreht alles. Da wird ein kleines Päschen, was schlägt wird, dass die Ratsupport wird Goudet. Dann hat mir gesagt, dass wir hier zum Zentrum gekommen sind. Dass wir hier zum Zentrum gekommen sind. Dann können wir hier zum Zentrum gekommen sein. Und wir kennen dann Sinn und Zweifel, was wir hier haben können. Und dann wird von Anfang an die Bautschaften, die du willst, die reden bloß alle direkt zu mir. Von Anfang an, und das läuft so, und das läuft so. Und ich weiß nicht woher. Aber mir fällt es so, die Menschen, die hängen an mir, und die kriegen keine Steine. Das kriege ich durch alle. Und über all dem, was mir, wo ich ganz zwei Bereichen hatte, dass wir übrigens gar nicht die Wölfte Bautschaften haben. Und wo ich die Geschichte vertellen habe, von wo der eine, der katholische Lied, ihre Dachter, wird zum Glauben gekommen. Ich weiß nicht vielleicht, was in den nächsten Worten vielleicht bekannt sein. Und für wo Gott hat die Dachter und die Familie rausgenommen, und dass die Führer und die ganze Familie sich hatten bekehrt. Und dann, für wo ich Sinnzeugnis vertellen habe, dass Gott hat ihren kleinen Jungen gebrückt, Tim, für dass du heute müsst, soja leiden, soja krank geworden, was häuslich hat angegeben. Und wenn du dort vertellen darf, dort braucht mein Herz ganz zwei. Und dort wird, wo ich mir eine Entscheidung merken darf, und wo ich mich ganz klar zu sein kriege, wenn ich in diesem Moment stirb, ich war glücklich in die Halle gehören, und wo ich so sehr schwer habe. Und in dem Moment, dort wird, wo ich die Entscheidung merken darf, für dass ich mit einem Salzsäuern reden, und für dass ich den Frieden Gottes an mich haben will. Okay, so du kommst den Abend dann hier an den Ferien, oder den Tag, du redest mit dem Seelsorger, und du kommst da, ich. Du kannst ja nie das Leben anfangen. Ja, das war ich da, und du sagst euch so dankbar, für alle die, die hier sind. Nimm dir die Zeit, für alle die, was du willst, was du interessiert, und was du rauskommst, zu den Ferien kommst, dort erst das wird. Und ich will meine Heimel sehr bedanken, und alle sind sehr sehr, für was du hier sind, für deine Arbeit, wegen dem das wird, und dem das wird, auch das wird sein. Und so will ich euch zu ihnen sagen, für alle, die dort zu uns sagen, ich glaube nicht, dass die alle eine Frau haben. Und wenn die nicht eine Frau haben, wenn ich 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 sie nicht haben, dann kommt sie in die Ferien. Die Salzsäuern sind hier heute. Ich habe zwei Jahre, drei Jahre gebraucht, nur dem, was ich konnte, was ich gelegen hatte, mit einem Salzsäuern zu reden, nur dem, dann wird mein Herz leicht, und du sagst, ich bin Gott von dir sehr dankbar für. Ich merke in jeder einen Maut, Halt dort nicht vor, wegen wir sind an diesem Morgen nicht sicher. Und die nächste Sache noch, weil wir so lange wachen, wird Gott, wenn wir einen von uns die Kinder brücken, dem dort wir als Eltern an seinen Hand geben, dem dort wir seinen Büchern geben, ich würde sagen, weil wir lieber von dir nicht wachen, bei dem Morgen. Gut. Ich habe dann noch rechtes Wort, wo die überschleichen, Mathedal, per Wolfschliegen. Ich würde leuven, das würde alles sein, ich würde bloß nicht jeder einen Mauten machen. Der Satan, der wird, der steht an mir dann, der schafft, alles, was ich kann, ich soll das bleiben. Was wollen die Menschen denken, was dort waren sein, für was ich in die Ferien kommen. Der Satan sagt zu mir, wo es wird, hey, die wollen das sein, die wollen dort sein, die wollen ja sein. Und ich mit mir bloß die Entscheidung, ich sage, wo die Menschen werden sein, ich gut und ich da. und ich sage, dass von dir noch nicht eine Minute leid, und ich habe mir eine gute Möglichkeit, für wenn die das von Horten wollen, das wird ihnen dort nicht leid wollen. Dankeschön. Ja, der Herr segne dich. Dankeschön, mach Gott ihm zu Ihnen.